Moin Moin liebe YouTube Pyros und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Freunde ich habe heute einen richtig schönen Schallerzeuger von Funke da und zwar den Mixed Flowers. Viele von euch werden ihn kennen. Einen richtig schönen Fontänenvorbrenner mit fünf unterschiedlichen Effekten. 10 Schallerzeuger sind drin, 136 Gramm auf die ganze Packung. Ich denke mal, dass da also 13,6 Gramm sind es ja, aber die 3,6 Gramm werden da locker für den richtig schönen Fontänenvorbrenner drauf gehen. Leute ich werde die ganze Packung für euch durchtesten. Die Teile gucken wir uns an. Ich denke 10 Gramm. Blitz bleiben am Ende locker über. Viel Spaß. Stay tuned. So Funke Mixed Flowers. Wir fangen an mit Green Strobe. Blue Flower. Blue Flower. Silvery Flower. Titanium Flower, gewaltig. Und Silver Crackling. Gewaltig. Ja, richtig schönes Teil. Zünden wir nochmal alle fünf durch. Die Träume họu. Die Träume So, das waren sie also, die Mixed Flowers von Funke, ein richtig fetter P1 Schallerzeuger mit einem richtig genialen Fontänenvorbrenner. Alle fünf weg durch die Bank, top. Und dann dieser Titanblitz. Ich habe mich selber beim ersten richtig erschrocken. Absolute Kaufempfehlung. Stay tuned.